servus zu einem neuen race to world first recap und damit willkommen liebe world of warcraft freude am frühen morgen extra noch aufgestanden vor der arbeit um dieses video für euch zu machen heute aktuell wie nie also gerade rated so ziemlich keiner dementsprechend können wir wirklich ohne dass sich noch grob was ändert bis zum erscheinen des videos wirklich alles punkt für punkt durchgehen der gestrige tag brachte zwei neue kills mit sich auf holandros namentlich durch echo und sk pieces ansonsten ist tatsächlich gar nicht so viel passiert denn liquid hatte reset beziehungsweise alle us gilden hatten ihren weekly reset und ich habe von anfang an bisschen in den stream reingeguckt sie haben am anfang runs gemacht auch mit v1 auf hc um t teile zu traden vor allem bei den letzten beiden t teilbossen also rigelon und die lords des schreckens danach stand der mythic reclear an das war zumindest der plan von maximum und er hat sogar gesagt sie wissen gar nicht ob sie noch am selben tag zu anduin kommen ich meine sie sind auch nicht noch mal hingegangen ich konnte es dann nicht bis in die nacht verfolgen aber sie waren schon am tag davor auf anduin bei weiß nicht pan 70 bis um die 80 puls also da sollte nicht viel passiert sein nichtsdestotrotz führen sie bei anduin echo hat gestern the crab gekillt also halandros und hat 24 puls auf anduin gebracht bester try 84,8 prozent da gehe ich mal heute von aus da wird sich bei echo nicht viel tun weil die heute splits machen werden genauso pieces also ich glaube nicht dass da sonderlich viel dazu kommt hier aber liquid dürfte einige fortschritte machen sobald sie wieder vor anduin stehen sie haben mehr gear das können wir uns dann gleich mal anschauen und das sollte den fight bedeutend einfacher machen also weil sie sehen letzten tries haben sie mit 264,2 item level getried das war vor dem reset es gibt so eine kleine statistik wo man sich jetzt das gear der besten im schnitt angucken kann heißt nicht dass die damit drin sind aber das ist deutlich über diesen wert und wenn jeder im raid 23 item level mehr hat macht das schon enorm unterschied und vor allem falls noch einer ein vierer bonus hatte den er vorher nicht hatte ja also da bin ich gespannt wie weit anduin da heute runter geht ich glaube aber nicht dass wir den kill sehen weil nicht vor 2300 puls der wird glaube ich auch wieder ordentlich dauern ansonsten wie gesagt pieces hat auch halandros gelegt sehr sehr nice damit zwei eu gilden ich will nicht sagen im gleichschritt da liquid doch einen kleinen vorsprung hat aber sie sind zumindest alle beim selben boss und das ist schön was ich mir vorstellen könnte method hat nicht den vorteil aber wenn die heute re-clearen sie müssen halandros halt nicht re-clearen und können mit mehr gear an den boss dran deswegen ich gehe eigentlich davon aus dass er am ende dann in den nächsten puls für method fällt sobald sie da dran gehen big dump golden guardians die hatten ihren reset schon der dürfte heute auch für sie fallen halandros skyline auch kurz davor aber die gehen schon an fast 400 puls ran das ist schon ziemlich krass yitian hong asiatische gilde wenn bei 34,3 prozent version hat gestern gar nicht so viel auf halandros gemacht die waren glaube ich den tag davor bei 46 best try jetzt ins 38 mal gucken ob da auch mit ein bisschen gier was geht esther bei 45,3 prozent und dann lotus 69,2 und ihr seht es stehen danach noch drei weitere gilden vor halandros also das ist wirklich der erste große brecher dieses tier ist die erste ball und die nächste in anduin wartet auf jeden fall von seiten liquid gibt es damit nicht so viel spannendes zu beobachten aber wir können uns hier an der stelle mal den kill von echo ansehen die letzten minuten es sieht sehr sehr clean aus alle noch am leben wobei ziemlich schwankend boss geht auf ein prozent log ist dead und dann kommt gleich die riesigen nerd screams zack klicks einfach nur erleichtert da ist der kill die freude ist groß hier haben wir wiederum die sicht von pieces auch bei denen bis in die letzte phase rein ein halbwegs cleaner kill bis dann mythology down geht der boss hat nur noch wenige prozente und da ist er dead und auch hier die freude extrem groß da sieht man mal trotz dass es ein mit tier boss ist er war ziemlich schwer und dementsprechend große freude über den kill was ich anfangs noch angesprochen hatte das sieht man auf wew progress ein bisschen schöner ist das item level der gilden da werden aber immer die besten 20 mann reingezogen also es kann aber sein theoretisch wenn dann non raider sich irgendwie richtig krass ausstattet und richtig lucky in der truhe ist und 269 hat zieht er da auch mit rein theoretisch also die leute die hier mit reingehen müssen nicht unbedingt im raid kater stehen aber was wir mal gucken können sind zumindest die kills die echo gestern noch gemacht hat die rekills heroic jailer haben sie auch gemacht schon vor zwei tagen tatsächlich dann gestern zweimal regel on hc zweimal die lords des schreckens hc anduin haben sie tatsächlich es gibt so wie es aussieht also sind mit einer frischen id da zu den lords of dread gegangen lihuvim haben sie mehrmals gemacht pantheon nicht hätte mich auch gewundert da droppt kein t set halondros noch auf hc den haben sie auch gekillt sogar heute schon also oder eben erst interessant interessant und da kommen wir zu den mythic rekills und da sehen wir den aufmerksamen wächter haben sie gemacht skolex haben sie gemacht xymox haben sie gemacht fallen oracle haben sie gemacht das pantheon haben sie gekillt und lihuvim haben sie auch wieder gelegt nur halondros lag bisher erst einmal den müssen sie also noch rekillen bevor sie letzten endes mit anduin weitermachen können da werden jetzt natürlich die us gilden äh eu gilden hoffen dass sich liquid da ein bisschen drauf auffällt dass das zeit kostet andererseits kann es aber natürlich auch den eu gilden morgen passieren dass sie da vor einer wall stehen wo es nicht vorwärts geht also halondros wirklich ein ziemlich fieser boss ich bin gespannt was da noch so alles passiert und nur um das mal zu vergleichen was so der reset bringen kann 268,72 die besten 20 mann wie gesagt das müssen nicht alles die im raid kater sein echo 266,62 die hatten bei manchen tries auf halondros auch rund ein item level mehr als liquid aber es sind halt trotzdem schon mal zwei item level in der theorie vielleicht im endgültigen kader der bei boss xy dabei ist sind es dann sogar drei item level oder so das klingt nach nicht viel das kann aber echt einen enormen unterschied machen selbst bei uns hat man im hc gesehen dass als jeder spieler weiß nicht vier fünf item level mehr hatte hast du die boss einfach zwei minuten schneller gelegt so in dem dreh also ich denke das wird einiges ausmachen auch für die re kills echo wird froh sein dass halondros da noch down ging piece ist wahrscheinlich genauso also damit haben sie wirklich eine gute erste mythic id abgeschlossen und dann bin ich jetzt mal gespannt wann in der zweiten id wann diese zweite id mit einem anduin kill auf uns wartet ich könnte mir vorstellen danach regalon und die lords of dread die werden nicht so lange dauern beim kerkermeister bin ich mal gespannt wie der auf mythic getunt ist da wissen wir ja wirklich gar nichts zu wir werden sehen wir werden sehen also auf hc die haben ihn erst 18 gilden gelegt nicht unbedingt weil er so super fucking schwer ist sondern eigentlich hauptsächlich weil er halt einfach keinen guten loot bietet also keine teeteile die trinkets sind auch eher so mehr also ich als eule brauchte eigentlich gar nichts von dem boss anders auch als bei sylvanas gibt es da nicht mal richtig juicy waffen soweit ich weiß oder nur für sehr wenige also ja weiß nicht für den endboss haben sie da die loot prioritäten vielleicht etwas falsch gesetzt aber gut idees wurde dies wir sind gespannt auf die neue id heute auch in den eu gucken wir mal was uns erwartet an kills und so weiter und sofort an neuem drama ich bin sehr gespannt was wir noch kurz gucken können version 6 von 11 hier das world ranking ist nicht immer ganz so genau weil asia gilden ausgeschlossen sind aber in sachen de kann man noch mal gucken ob sich da was getan hat 5 vortag und nein da stehen northern sky hope and despair myth oblivion north wind horizon und jetzt auch nonsense bei jeweils 4 von 11 version da doch im deutschland internen betrieb mit einem etwas größeren vorsprung an dieser stelle bedanke ich mich bei euch fürs zusehen ich wünsche euch einen wunderbaren tag guten loot aus der volt langt mal kräftig rein da bis dahin habt eine gute zeit reingehauen hin weiter nicht Salt